Sie haben ein Imperium erschaffen. Ist mir eine Ehre, Mr. Hale. Der Mann, der New York gebaut hat. Die Leute werden behaupten, dass ihre Gebäude sie unsterblich machen. Jetzt, wo ihre Kräfte schwinden, fühlen sie sich unsterblich. Wir bieten den kreativsten Köpfen der Menschheit mehr Zeit, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Speziell entwickelt für ihr perfektes Dasein. Es lebt? Ein leeres Behältnis. Wenn wir es tun, gibt es kein Zurück. Ihr vorheriges Leben ist vorbei. Wie fühlen Sie sich? Riecht ein bisschen wie ein neuer Wagen. Sinn für Humor? Gut. Entspannen Sie sich. Haben Sie Spaß? In Ihrem Alter würde ich sagen, dass Sie es sich verdient haben. Alles in Ordnung? Alles bestens. Ich habe das nur seit 52 Jahren nicht mehr gesehen. Unsterblichkeit hat zu einigen Nebenwirkungen. Hallo? Wie ist das möglich? Es gibt keine Wissenschaft, keinen Fortschritt ohne Opfer. Ich wollte nie, dass andere leiden. Sie haben meine Mann das Leben genommen. Nein! Ich war das! Nein! Es schade! Nein! Oh! Huh! Oh! 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 Vielen Dank.